Yen-Schwäche in Japan erreicht beispiellose Ausmaße Die Yen-Schwäche in Japan ist eine Abwertung ohne Beispiel und hat verschiedene Gründe. Einer der Hauptgründe ist die expansive Geldpolitik der japanischen Zentralbank, die seit Jahren versucht, die Wirtschaft anzukurbeln und die Inflation anzutreiben. Durch den massiven Ankauf von Staatsanleihen und anderen Finanzinstrumenten wird die Geldmenge erhöht und der Yen dadurch abgewertet. Ein weiterer Grund für die Yen-Schwäche ist die Unsicherheit auf den internationalen Finanzmärkten, die dazu führt, dass Anleger vermehrt in sichere Häfen wie den US-Dollar flüchten. Dadurch verliert der Yen gegenüber dem Dollar an Wert. Die Folgen der Yen-Schwäche für Japan können sowohl positiv als auch negativ sein. Einerseits können exportorientierte Unternehmen von einem schwächeren Yen profitieren, da ihre Produkte im Ausland günstiger werden und somit die Exporte steigen. Andererseits steigen die Importkosten, was zu einer höheren Inflation und einem Anstieg der Lebenshaltungskosten führen kann. Insgesamt ist die Yen-Schwäche ein zweischneidiges Schwert für Japan und die Regierung muss darauf achten, dass die Abwertung nicht zu stark wird und die Wirtschaft destabilisiert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird und welche Maßnahmen die japanische Regierung ergreifen wird, um die Folgen der Yen-Schwäche abzufedern.